Armer kleiner Schneemann, das sieht gar nicht so gut aus für den kommenden Winter 2023, 2024. Zumindest dann nicht, wenn man den führenden Langfrist-Wettermodellen Glauben schenken darf. Und zwar nicht nur dem NOAA-Modell, sondern auch dem Wettermodell vom Europäischen Wetterdienst. Da schauen wir uns gleich mal die frischen Prognosen an für den Dezember 2023. Und da kommt so ein klein wenig der Verdacht auf, als könne die aktuelle stürmische, nasse Westwetterlage und vor allem milde Westwetterlage bis Weihnachten anhalten. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Samstag. Zunächst mal der Blick auf die aktuelle frische Monatsprognose für den Dezember 2023. Und zwar vom amerikanischen Wettermodell CFS, der NOAA. Und wir sehen, die Farbe Rot dominiert weite Teile von Europa. Und das bedeutet ein bis zwei Grad zu warm. Ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Da wurde also die Prognose wieder deutlich nach oben korrigiert in Richtung Mildabweichung von ein paar Tagen. Ist das mal kurz ein bisschen nach unten gerechnet worden. Aber ich sag's ja immer wieder gerne, NOAA rechnet immer erst mild und dann ein bisschen runter, um dann nochmal deutlich anzuziehen. Also dieses Hin und Her ist eigentlich völlig normal. Aber der Trend geht seit mehreren Wochen und Monaten eindeutig in Richtung milder Dezember. Wir schauen am Ende auch nochmal auf den kompletten Winter drauf. Auch da hat sich was getan, dazu aber später mehr. Zum Vergleich jetzt mal der Blick auf die Prognose für Dezember und zwar nach dem europäischen Wettermodell. Und auch da sehen wir eindeutig eine Abweichung nach oben. Hin zu einem eher sehr warmen Dezember 2023 mit einer Abweichung von 1 bis 1,5, teilweise bis zu 2 Grad über dem Klimamittel drüber. Also beide Wettermodelle sind sich ziemlich einig. Das ist wahrscheinlich tendenziell eher ein zu warmer Monat, was wir da zu erwarten haben. Jetzt werden einige kommentieren, das ist ja keine große Kunst, in Zeiten der globalen Klimaerwärmung auf warme Wintermonate zu setzen. Aber natürlich ist es keine Kunst. Doch was sollen die Wettermodelle sonst berechnen? Einfach was Kaltes berechnen, obwohl es sehr unrealistisch ist? Nee, natürlich nicht. Die Wettermodelle beobachten auch das Klima der vergangenen Jahre und passen sich dem an. Und dementsprechend sind natürlich die Trendprognosen für den Winter immer relativ mild. Und wir haben ja auch festgestellt, die vergangenen Winter sind allesamt wärmer gewesen als im langjährigen Durchschnitt. Also damit lagen ja auch die langfristigen Wettermodelle nicht daneben, sondern völlig richtig. Wir schauen mal aufs aktuelle Wetter. Bis zum Mittwoch kommt einiges an Regen runter. Die Westwetterlage dreht wieder voll auf. Wir sehen hier im Westen zum Teil bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. In Nordrhein-Westfalen im Südwesten Richtung Schwarzwald knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Da werden also die Flusspegel hier deutlich ansteigen. Besonders hier am Rhein, am Oberrhein, da wird ein Anstieg von 1 bis 2,50 Meter erwartet. Da geht es also ordentlich mit dem Rheinpegel in die Höhe. Im Rest des Landes ist nicht ganz so nass, aber auch hier im Osten so 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Und wo stehen wir von den Temperaturen in diesem Monat November 2023? 2023, ziemlich weit oben. Das sind alle Temperaturmittel von allen Novembermonaten seit 1881. Und bisher ist der November ganz oben mit dabei. Wir haben bisher den wärmsten November seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aber das kann sich natürlich nochmal ändern. Nur, wir sehen nächste Woche nochmal viel Wärme. 15, 16, 17 Grad in einigen Regionen. Und danach kommt auch nicht die große Abkühlung. Und deswegen hat der November auch jetzt die Chance, zu den fünf wärmsten zu kommen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und dementsprechend schauen wir mal rein in den Herbst. Der Herbst schwebt noch freier in diesem Jahr. Der ist ganz hier oben zu finden. Über 13,0 Grad aktuell als mittlere Temperatur. Und damit eindeutig bisher der wärmste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Und da müsste es schon eine eisig kalte zweite Novemberhälfte geben, um diesen hohen Abstand nach unten wieder zu reduzieren. Auch das wage ich mal zu bezweifeln. Aber genau wissen wir es erst am 30.11. Wir werden hier bei Wetterpunkten dranbleiben und darüber berichten. Ein Blick auf die Großwetterlagenkarte von heute. Heute ein Tief kommt nach dem anderen an uns vorbeigezogen, bringt viel Wind, immer wieder Regen. Heute auch noch einzelne Regenschauer. Es ist kühler geworden. Die Temperaturen maximal so 7 bis 10 Grad. Oberhalb von 700 bis 800 Metern kann es auch heute mal Schneeflocken geben. Meist nur nasse Schneeflocken. Große, verschneite Landschaften wird es wahrscheinlich nicht wirklich geben. Aber hier und da kommen vielleicht mal ein paar Zentimeter Neuschnee zusammen. Ja und dazu dann der Blick auf die kommende Nacht. Da vor allen Dingen im süddeutschen Raum Schnee bis runter auf 600, 700 Metern im Allgäu. Da können dann schon mal so 5 bis 10 Zentimeter Schnee zusammenkommen. Vielleicht auch bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Im Rest des Landes da klart es teilweise auf Temperatur nur ein Grad. Im norddeutschen Tiefland und stellenweise ist da Bodenfrost möglich. Glatte Straßen könnte auch ein Thema sein. Also in der kommenden Nacht sollte man vorsichtig unterwegs sein. Dafür morgen dann am Sonntag meist wieder relativ trocken. Ab und zu ein bisschen Sonnenschein. Temperaturen so 7 bis maximal 11 Grad. Im Südosten bleibt es noch ein bisschen kühler. Ja und am Montag geht das Ganze von vorne wieder los. Die Sturmwetterlage kommt zurück. Viel Wind am Montag und vor allen Dingen die Westwetterlage bläst uns die milden Luftmassen ins Land. Mit 11 bis 15 Grad deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und im Osten 8 bis 13 Grad. Auch hier viele Wolken, aber etwas weniger Regen. Und noch die weiteren Aussichten. Dienstag, Mittwoch allesamt relativ mild. 11 bis 17 Grad beziehungsweise 10 bis 17 Grad. Viele Wolken, ein bisschen Regen, ab und zu Sonnenschein. Und vor allen Dingen hier am Mittwoch ein hohes Sturmpotenzial. Da kann es auch schwere Sturmböden bis in tiefe Lagen geben. Und der Donnerstag auch noch relativ mild mit 6 bis 12 Grad. Und aus Westen neuer Regen. Es bleibt insgesamt ziemlich windig. Und da kommt einiges an Regen vom Himmel runter bis zum 26. November. Hier mal die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Wir sehen in der gesamten Südhälfte und in der Landesmitte 60 bis 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Also eindeutig sehr nasse Zeiten. Die Westwetterlage, die hält weiter durch. Und das zeigt auch im Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Da tut sich eigentlich überhaupt nichts. Die Höchsttemperaturen meist um die 10 Grad bis zum 26. November. Einen Temperaturschutz nicht zu sehen. Und dazu immer wieder Regensignale. Das gleiche auch im Westen des Landes. Temperaturen 11, 12, 13 Grad nächste Woche. Danach ein bisschen kühler. Meist um die 8 bis 10 Grad. Ab und zu Regensignale. Und auch ähnliches Ganze im Osten des Landes. Erst der Wärmeberg nächste Woche. Dann ein bisschen kühler. Und danach schon wieder ein leichter Temperaturanstieg. Richtung 10 Grad Marke. Ab und zu sind Regensignale mit dabei. Wir gehen es schnell durch. Es tut sich nichts. Und auch hier im Süden relativ warm. Bis zu 11, 12, 13, 14 Grad. Kräftige Signale. Heftiger Regen. In den höheren Lagen anfangs auch kräftiger Schneefall. Dann überall wieder Regen. Und danach etwas sinkende Temperaturen. Aber dann wieder ansteigen. Richtung 10 Grad Marke. Ab und zu Regensignale. Und wir blicken in die Landesmitte hinein. Auch hier das gleiche Spiel. Ein neuer Wärmeberg. Temperaturen um die 10, 11, 12, 13 Grad. Danach ein klein wenig kühler. Aber auch da meist immer noch 8 bis 10 Grad. Und Regen ist auch immer wieder mal mit dabei. Zum Schluss, wie versprochen, noch der Blick auf den gesamten Winter 2023, 2024. Ganz frisch eingetrudelt. Und auch hier sehen wir, es gibt nichts Neues im Vergleich zu 3, 4, 5, 6, 7 Wochen zuvor. Es bleibt dabei, weite Teile Europas. Ein eher zu milder Winter. 1 bis 2 Grad. Über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 könnte der kommende Winter landen. Wir müssen es abwarten. Wissen, wie es wirklich ist. Wissen wir es erst am Ende des Monats Februar. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber die Chancen für einen milden Winter sind auch in diesem Jahr deutlich höher als die Chancen für einen eisig kalten Winter mit viel Schnee und Frost. Das war es vom Wetter. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis bald. Bis bald.